Heute bereiten wir Waffeln zu und so bedienst du das Waffeleisen fachgerecht. Öffne dein Waffeleisen und öle beide Backflächen ein. Klapp die Backflächen wieder zusammen und steck den Netzstecker ein. Leuchte die Kontrollleuchte rot, so heizt dein Waffeleisen auf. Leuchtet die Kontrollleuchte grün, so ist dein Waffeleisen backbereit. Führe nun 2-3 Esslöffel Teig ein, 2 Fingerbreit Abstand zum Rand. Klappe die Backflächen zusammen. Zunächst leuchten beide Kontrollleuchten auf und dann erlischt die grüne. Leuchtet die Kontrollleuchte rot, so ist dein Gerät im Backbetrieb. Leuchtet die grüne Kontrollleuchte, ist deine Waffel fertig gebacken und du kannst die Backflächen aufklappen und die Waffeln entnehmen. Hebe die Waffel mit Essbesteck an und entnehme sie dann mit dem Pfannenwender. Bist du mit dem Waffelausbacken fertig, so stell den Temperaturregler auf 0, zieh deinen Netzstecker, öffne die Backflächen und lass sie aufgeklappt auskühlen. Jetzt kannst du deine Waffeln genießen. Bist du mit dem Waffel году? Untertitelung des ZDF, 2020